auch von meiner seite herzlich willkommen heute abend und genau ich würde gabriele michal bitten zu beginnen etwas dazu zu sagen wie es denn jetzt zehn jahre nach dem kollaps von lehman brothers der quasi auch mit auslöser eigentlich war dieser finanzkrise wie stehen wir denn heute da und was sind die ansichten zehn jahre danach ja ich wünsche auch einen schönen abend als ich sozusagen diesen titel zehn jahre finanzkrise bekommen habe ich wirklich überlegt was sind sozusagen für mich die drei einschneidendsten erfahrungen dieser letzten zehn jahre und ich möchte mich also auf drei ganz spezifische punkte im folgenden konzentrieren wir werden ja dann in der diskussion sicher auf einiges vieles anderen noch eingehen das erste was ich nennen möchte ist wie es gelungen ist im zuge dieser zehn jahre die krisenursachen umzudeuten und tatsächlich die verantwortlichkeit des finanzsektors zu bestreiten erfolgreich quasi zu bestreiten und die finanzkrise zu einer staatsschuldenkrise zu redefinieren und damit letzten endes statt diejenigen die die krise ausgelöst haben nämlich den finanzsektor verstärkt zu kontrollieren verstärkt sozusagen zu beschränken etc man die staaten an die kandare nimmt und im zuge eben der sogenannten economic governance der europäischen union das auch verrechtlicht also das alles sozusagen unser recht geworden ist mehr oder weniger dass austeritätspolitik radikale sparpolitik mit dem fokus auf kürzung von sozialleistungen der regulierung des arbeitsmarktes ausweitung von unternehmerischen handlungsspielräumen dass das sozusagen der erklärte politik ist die aber in rechtsform gegossen wurde das ist das erste und ja wie das gelungen ist etc darauf werden wir sicher noch eingehen aber das sozusagen ein ganz wesentlicher punkt dabei eine vielzahl von think tanks und anderen instituten die sozusagen die öffentliche meinung bearbeiten eingerichtet wurde einen vertreter haben wir ja hier im podium also agenda austria zum beispiel wenn man nur österreich hernimmt agenda austria echo lauter institute die in dem sind eine spezifische ideologische ideologie verbreiten soll nämlich dieses neoliberale doden dann zweiter punkt trage hat gesagt der sozialstaat hat ausgedient das war glaube ich 2011 und das ist tatsächlich das was wir als politische strategie der letzten jahre und eben festgeschrieben im recht befürchten müssen und die folgen dieser dieser politik sind einerseits sichtbar in dem was wir an massive zunahme von ungleichheit innerhalb der einzelnen europäischen staaten aber auch weltweit haben sie sind sichtbar in wirklich exorbitanten armutszahlen sie sind unsichtbar in dem was an belastungen an die haushalte und insbesondere auch an frauen sozusagen verschoben wird aus dem formellen bereich in den informellen quasi dritter punkt die radikale beschneidung von demokratie und die aushöhlung von demokratie die in den letzten zehn jahren passiert ist nicht zuletzt durch diese economic governance der europäischen union wir haben eine quasi neue also nicht institution in dem sind aber eine gruppe nämlich troika ezb die troika die als ezb iwf und europäische kommission sicher bekanntermaßen zusammensetzt die eine unglaubliche machtposition sozusagen hat und das er im falle griechenlands auf niederträchtigste weise meines erachtens auch demonstriert hat dann haben wir zum beispiel die euro gruppe die formal innerhalb des europäischen rahmens gar nicht existiert als spezifisches entscheidungsgremium also eine informelle gruppe alles ohne jede demokratische legitimation eine massive aufwertung der europäischen kommission im rahmen dieser economic governance und so weiter merkel hat dieses satz geprägt von der marktkonformen demokratie beziehungsweise dass man die parlamente eben so gestalten muss dass sie marktkonform sind und ich denke das ist eben sozusagen in beängstigender weise der fall von daher ist es auch nicht wahnsinnig verwunderlich dass viele bei umfragen die werte auf die frage sozusagen was ändert demokratie und ganz viele sagen demokratie ändert in dem sinn nichts wahlen ändern nichts also dass in dem sinn demokratie auch in den in den köpfen quasi geschwächt wird ja das sozusagen eine gemäßigte diktatur das regt niemanden auf wenn das sozusagen gewisse herren sagen et cetera gleichzeitig werden all die also die parlamente sind massiv geschwächt die gewerkschaften sind geschwächt und werden sozusagen strategisch weiter geschwächt also alles was an mitbestimmungsinstitutionen in dem sinn in demokratien die über das formale wahlrecht hinausgehen eine große rolle spielt ist in dem sinn eigentlich ja extrem unter druck geraten und in diesem zusammenhang sprechen wir nicht zuletzt von einem neuen neu etablierten autoritarismus also insofern ist wenn wir den befund über die letzten zehn jahre grob zusammenfassen wirklich sehr wenig was anders zu optimismus gibt und vielen dank stefan schulmeister schönen guten abend ich versuche da anzuknüpfen was ist sozusagen das gemeinsame der verschiedenen tendenzen die die frau michalic gerade herausgearbeitet hat und für mich ist das gemeinsame letztlich die dominanz einer ökonomischen theorie die über jahrzehnte das ziel verfolgte den primat des marktes über die politik durchzusetzen in dem diese theorie in einem wirklich ganz langsamen prozess der im grunde in den späten 1940er jahren begonnen hat zuerst die universitäten erobert in den 70er jahren und damit sozusagen die reproduktion der ökonomen übernommen hat denken sie dass nahezu alle ökonomen die heute in der europäischen zentralbank sitzen die in den wirtschaftsredaktionen sitzen die in den vorzimmern der ministerien oder der minister sitzen ausgebildet sind in einer theorie die davon ausgeht dass im prinzip die freien marktkräfte das ökonomisch beste zustande bringen und politisches handeln sich beschränken sollte auf gewährleistung von rechtssicherheit und der spielregeln einer marktwirtschaft und das intellektuelle und psychologische grundproblem besteht meiner ansicht nach darin dass ich innerhalb eines bestimmten Denksystems das Denksystem selbst nicht als Krisenursache begreifen kann das ist nicht möglich ich bin sozusagen in einer bestimmten Weltanschauung verhaftet jetzt ist es nichts was man einzelnen Akteuren vorwerfen kann das ist sozusagen ein systemisches Problem und um das nur am Beispiel der Finanzkrise ein bisschen zu skizzieren innerhalb dieser herrschenden Wirtschaftstheorie erfolgt die Diagnose sehr stark symptomorientiert also wenn der Staat mehr ausgibt dass er einnimmt dann sind die Finanzminister schuld und müssen durch bestimmte Regeln an die Kantare genommen werden wenn die Nachfrage nach Arbeit geringer ist als das Angebot auf Deutsch wenn Arbeitslosigkeit herrscht dann ist der Preis der Arbeit der Lohn zu hoch und es müssen daher die Löhne gesenkt werden und diese Denkform ist natürlich übertragen worden auf die Finanzkrise man hat gesagt schuld sind die Banken die leichtfertig Kredite vergeben haben die Ratingagenturen die falsche Bewertungen durchgeführt haben und von dieser sehr oberflächlichen Betrachtung kam er zur Schlussfolgerung wir müssen also jetzt gewisse Regulierungen machen moralisch aufrüsten den Finanzsektor und dann wird es schon wieder besser werden die systemischen Ursachen konnte man so gar nicht wahrnehmen also eine Schicht tiefer würde ich aber sagen die Abfolge von übermäßigen Kurssteigerungen und Kursrückgängen auf den Finanzmärkten also das was jeder Trader als Bullenmarkt und Bärenmarkt bezeichnet ist eine ganz entscheidende Ursache warum? weil wir zum ersten Mal seit 1929 im Jahr 2008 eine Koinzidenz, eine Gleichzeitigkeit von drei Bärenmärkten hatten es sind gleichzeitig die Aktienkurse eingebrochen die Immobilienpreise und die Rohstoffpreise das heißt nichts anderes als dass wir zum ersten Mal seit 1929 eine globale Vermögensentwertung hatten diese Krisenursache wird überhaupt nicht gesehen warum? weil innerhalb der herrschenden Wirtschaftstheorie das Phänomen von Bullenmärkten und Bärenmärkten was jedem der in der Praxis tätig ist, wohl bekannt ist nicht vorkommt es ist sozusagen nicht vorgesehen und etwas das in einer Theorie nicht vorgesehen ist das kann man auch nicht sehen weil Theorie ist sowas ähnliches wie eine Brille die sozusagen ihren Blick fokussiert auf jene Dinge die in der Theorie enthalten sind und die nicht enthaltenen Beobachtungen werden ausgeblendet da kann man gar nichts sozusagen dafür und darin sehe ich wieder letztlich die systemische Hauptursache warum nichts gelernt wurde weil nichts gelernt werden konnte innerhalb eines herrschenden Systems müssen die Griechen schuld sein an der Staatsverschuldung es geht gar nicht anders innerhalb dieses Denksystems innerhalb dieses Denksystems müssen die Arbeitslosen schuld sein daran dass sie arbeitslos sind oder ihre Vertreter die Gewerkschaften das ergibt sich aus der Logik des Systems und eine letzte Bemerkung vielleicht noch wer meiner Ansicht nach so furchtbar versagt hat in dem Prozess des Heranwachsens des Krisenpotenzials denn für mich hat der Weg in die Krise 1971 begonnen 2008 ist sozusagen nur die Frucht vom Baum einer falschen Theorie und Spielanordnung heruntergeplumpst wer also in diesem Prozess der über Jahrzehnte in die gegenwärtige Situation etwa Europas führte am meisten versagt hat das sind meiner Ansicht nach die linken die sogenannten linken oder kritischen Ökonomen warum die waren 40 Jahre lang Außenseiter wurden nicht mehr geachtet am akademischen Level sozusagen Keynesianismus war out aber sie haben die Zeit ihres Außenseiterseins nicht genützt um fleißig wie die Bienen Theorien zu erarbeiten die man dann im Jahr 2008 hätte ausspielen können wenn man Theorien erarbeitet hätte die zum Beispiel zeigen dass Finanzmärkte systematisch falsche Preise produzieren und das ist natürlich ein starker Einwand weil wenn die Freiestmärkte und die Finanzmärkte sind die Freiestmärkte gleichzeitig an mannisch depressiven Irresein erkrankt sind dann ist natürlich das gesamte Paradigma sehr in Zweifel zu ziehen aber diese Arbeit ist nicht geleistet worden während die Neoliberalen in den 50er und 60er Jahren genau diese Arbeit geleistet hatten denn in den 50er und 60er Jahren waren die Neoliberalen die Außenseiter gewesen damals waren die Keynesianer sozusagen die Chefs auf den Universitäten aber die Neoliberalen von Hayek, Friedman, Buchanan und so weiter haben diese 20 Jahre genützt um gegen Theorien vorzubereiten und als dann der Keynesianismus in gewisse Schwierigkeiten kam Ende der 60er Jahre haben sie sagen können wir haben es schon vor 20 Jahren gesagt dass Vollbeschäftigungspolitik und Keynesianische Theorie und Sozialstaat das muss alles ins Verderben führen Punkt Ok, vielen Dank dann Hanno Lorenz Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung vielleicht darf ich ganz vorweg nehmen da unsere Institution aufgegriffen wurde unsere Institution wurde nicht gegründet um Theorien zu verbreiten oder aufgrund der Finanzkrise die Idee ist halt, dass wir wissenschaftliche Studien machen die dann begutachtet werden und Handlungsvorschläge machen die dann dem Diskurs offen stehen darüber kann man diskutieren ja und ich also den kann man zustimmen oder den kann man eben nicht zustimmen aber ich glaube das ist als Diskussionsgrundlage okay und würde ich jetzt nicht per se schlecht reden ja, was meiner Meinung nach das Problem mit der Finanzkrise ist es wurde eh angesprochen manche Reformen wurden eben gemacht in dem Versuch, dass man was fehlgelaufen ist damals zu korrigieren das ist glaube ich da sind wir uns auch einer Meinung relativ unmöglich die nächste Krise so zu verhindern und teilweise waren das auch eher Symptombekämpfungen die eben nicht das Grundproblem angehen und ab da unterscheiden sich wahrscheinlich unsere Analysen die Grundprobleme sehe ich dann doch woanders zum Beispiel der Grund warum wir von dieser Bankenkrise oder der Finanzkrise zu einer Staatsschuldenkrise gekommen sind ist im Prinzip der Grund weil die Staaten angefangen haben das Finanzsystem zu retten das kann man jetzt gut heißen oder nicht ich bin eher der Meinung das war zumindest zu dem Zeitpunkt ein großer Fehler und man hat das Haftungsprinzip was in der Marktwirtschaft existiert damit ausgehoben das heißt also es gab Investoren die haben viel Geld in den auch schon Jahren gemacht die dann aber nicht zur Kasse gebeten wurden als sie zum Abschwung kommen stattdessen ist die Solidargemeinschaft eingesprungen was glaube ich ein großer Fehler war und was auch bei den Menschen sehr schwer oder was schwer vermittelbar ist gegenüber den normalen Bürgern einfach warum jetzt Steuergeld dafür aufgewendet werden muss und die Leute die eben in den Boomjahren davon profitiert haben die auch zur Kasse gebeten werden also der Grund warum sich das zu einer Staatsschuldenkrise entwickelt hat ist eben weil da viel Geld geflossen ist um diese Banken aufzufangen weil man eben Angst hatte dass es einen sich das verbreitet und am Ende die Sparer auch mit dem Bankgut haben dafür haften und die Wirtschaftskrise verstärkt hat man eben dann gesagt okay der Stahl greift ein und dann sind die Staatsschulden einfach gestiegen das BIP also das Bruttoinlandsprodukt ist gesunken und dann und die Schulden sind gestiegen und dadurch gab es einfach ein Misstrauen gegenüber der Finanzierungskraft der einzelnen Staaten und das entwickelt sich dann zu diesem Staatsschuldenproblem was insbesondere eben in Griechenland ein Problem war oder in Spanien ein Problem war zu Griechenland auch ganz kurz ich glaube auch dass die Troika die angesprochen wurde ein sehr unglückliches Instrument gewesen ist weil man kann jetzt sagen von der Geldgeberseite ist es vielleicht berechtigt zu sagen ich gebe das Geld nur wenn ich dafür eine entsprechende Gegenleistung bekomme und das Geld war ja gedacht als Überbrückungsmaß Geld um die Wirtschaft laufen zu halten damit sie reformiert wird und wettbewerbsfähig wird ich glaube aber dass diese von außen aufgezwungenen Reformen einfach nicht funktionieren können das heißt also es wäre sicherlich sinnvoller gewesen ja vielleicht Griechenland einfach in die Pleite schicken zu lassen und dann mit Hilfen zu kommen sagen das ist eine Hilfeleistung die muss nicht zurückbezahlt werden das Land kann sich reformieren kann sich neu aufbauen und hat eben diesen Druck von außen nicht ständig die Kredite neu verhandeln zu müssen zu zilgen das wäre vielleicht eine bessere Methode gewesen die auch glaube ich verträglicher für das europäische Projekt gewesen wären dann zum Thema das von was Herr Schulmeister angesprochen hat das ist nur diese eine Theorie jetzt an den Universitäten gelehrt wird dass der Markt alles regelt und die Politik sich so raus so viel raushalten muss wie möglich ist und dass das das Markt Optimum gibt das ist so eine Theorie gibt es aber das ist glaube ich nicht die die an den Universitäten diskutiert wird es ist durchaus so dass es die Diskussion ist dass der Staat natürlich oder die Politik Rahmenbedingungen setzt und Einflussmöglichkeiten hat Gestaltungsmöglichkeiten hat es ist auch glaube ich anerkannt dass nicht alle Märkte perfekt sind das heißt also dass es nicht immer zum Optimum führt unter bestimmten Bedingungen und ich habe damals an der Universität zumindest so gelernt dass nicht der politikfreie Markt zum Optimum führt und dass es durchaus einen Gestaltungsbereich gibt für den Staat wenn es dann um die Schuldzuweisung von Arbeitslosigkeit oder von Schulden generell ist der Finanzminister natürlich schon dafür verantwortlich dass langfristig der Haushalt funktioniert das heißt er wird sich kein Riesenproblem haben wenn er jetzt in einem Jahr mehr ausgibt als er einnimmt aber langfristig sich nur über Neuverschuldung durch Wirtschaft und Laufungszahlen wird halt auch nicht funktionieren das heißt in der langfristigen Analyse ist er natürlich schon dafür da zu achten dass sich alles im Rahmen bewegt das ist jetzt aber in einem Jahr ob das nun abweicht ist glaube ich nicht das große Problem ich glaube es ist auch ein Fehler zu glauben dass die Arbeitslosen laut der Theorie geschuld sind dass sie arbeitslos sind würde ich widersprechen in den meisten Fällen ist das sicherlich nicht der Fall dass sie schuld an ihrer Arbeitslosigkeit sind muss ich aber natürlich schon fragen welche institutionellen Veränderungen kann ich denn vornehmen dass es diesen Menschen besser geht ich kann jetzt dahin genau sagen okay die sind schuld oder die sind nicht schuld aber es hilft den Arbeitslosen nicht wenn ich daran nichts ändere an ihrer Situation das heißt also hier ist eher die Überlegung was kann die Politik tun damit diese Menschen eher eine Arbeit finden und das ist eher die Diskussion auf die wir uns beschränken und nicht zu versuchen zu analysieren wer ist denn schuld an der Sache ja ich glaube es ist zur Diskussion erstmal genug Input okay vielen Dank es wurden jetzt sehr viele Themen angesprochen ja also sozusagen von der Finanz- zur Staatsschuldenkrise das ist ein großer Themenblock gewesen dann die Frage auch nach der Dominanz bestimmter ökonomischer Theorien ich denke mal du hast da bestimmte auch im Blick die du benennen könntest was wir auch noch gar nicht besprochen haben und was mir jetzt auch nochmal dazu einfällt ist ich weiß nicht ob diese Begrifflichkeiten von Economic Governance das sind sozusagen ja auch diese Regeln die mit dem Fiskalpakt also sozusagen die Implementierung einer Schuldenbremse auch möglichst in Verfassungsrang von Deutschland vorangetrieben worden ist dass das alle Mitgliedsstaaten implementieren haben auch alle gemacht bis auf zwei aber nicht alle in Verfassungsrang deswegen wäre die Frage vielleicht nochmal da einzuhaken vielleicht machen sie denn auch mal mehr oder minder Differenzen deutlicher was heißt das dann jetzt konkret also warum weil sie haben ja auch gesagt sozusagen man muss politischen Maßnahmen greifen um auch gegen die Arbeitslosigkeit gegen zu steuern wenn wir aber sozusagen ein strukturelles Budgetdefizit quasi auch im Verfassungsrang haben und quasi immer dieses Nulldefizit oder dieses 0,5 strukturelle Staatsdefizit erreichen müssen was heißt das dann konkret aus der jeweiligen Perspektive vielleicht nochmal direkt Hanno Lorenz dann gehe ich weiter nochmal naja der Grund für diese Fiskalregeln dass sie eingeführt wurden ist im Prinzip mit der Gemeinschaft mit der gemeinsamen Währung oder dem gemeinsamen Wirtschaftsraum den man in Europa geschaffen hat und da gab es in der Theorie ein bisschen Probleme weil es eben kein optimaler Währungsraum ist weil die Wirtschaftszyklen sich unterscheiden zwischen den einzelnen Ländern weil es einfach Differenzen gibt und wenn ein Schock irgendein Land trifft hat es früher eben einfach durch eine Abwertung der Währung reagieren können um auf die Wettbewerbsfähigkeit zu reagieren und das geht in einer gemeinsamen Währung nicht mehr Daher gab es jetzt diese Implementierung dieser Fiskalregeln die haben im Prinzip nie funktioniert weil sie teilweise auch nicht sinnvolle Ziele verfolgen und andererseits aber auch nie eingehalten oder oft nicht eingehalten wurden insbesondere dann von Deutschland womit dann die Glaubwürdigkeit dieser Fiskalregeln hinfällig war ja und dann hat man versucht sie zu reformieren und was ich glaube ich was ein Problem bei den derzeitigen Regeln ist dass manche prozyklisch wirken das heißt also in einer Krisensituation restriktieren sie eher den Staat etwas zu machen gegen die Krise während sie relativ großzügig in Wunenjahren sind das heißt also wenn es sowieso gut läuft dann hat der Staat viel Finanzen die er zusätzlich investieren kann während seiner Krisensituation eher weniger reagieren kann und da gibt es sicherlich Korrekturmöglichkeiten aber auch da gibt es natürlich langfristig muss man natürlich auch haushalten also was was die Schulden müssen dann irgendwann zurückgezahlt werden ob das von der kommenden Generation ist betrifft dann vielleicht nicht den einzelnen in der jetzigen Generation aber die man muss irgendwo die Glaubwürdigkeit behalten dass man es zurückzahlen kann und man muss es halt dann überlegen wie man das gerecht verteilt über die Generation dass man nicht der kommenden Generation so viel die Schulden aufbürgt dass sie ihre eigenen Chancen verwirkt und da relativ wenig Spielraum hat Okay um es nochmal provokanter zu formulieren vielleicht für alle auch nochmal man hätte ja auch die Schulden föderal wie in einem föderalen System umverteilen können man hat aber jetzt diese anderen Mechanismen geschaffen Stefan Schulmeister vielleicht die Reaktion nochmal mit euch sehr gutes Beispiel für das was ich vielleicht zu kompliziert ausgedrückt habe aber Freiner Adorno es gibt nichts richtiges im Falschen das Problem ist eben wenn ein Interpretationsmodell im Ganzen falsch ist dann ist es sehr schwierig sozusagen aufzuzeigen wo im Speziellen der Hund betragen liegt aber am Beispiel der Staatsverschuldung ist es vielleicht noch relativ am leichtesten die herrschende Sichtweise sagt im Prinzip hat die Politik die Kontrolle über den Finanzierungssaldo also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben des Staates diese Vorstellung dass ein Sektor einer Gesamtwirtschaft die Kontrolle über seinen Saldo hat ist absolut sinnwidrig kleines Beispiel wir haben jede Wirtschaft besteht aus vier Sektoren da haben wir mal die privaten Haushalte wenn ich alle zusammenfasse haben die Überschüsse oder Defizite die Haushalte haben Überschüsse in ihrer Summe sparen sie und tragen ihr Geld zur Bank der Unternehmenssektor das ist der springende Punkt wenn der Unternehmenssektor also die Summe also die Summe aller Unternehmer Defizite macht das heißt die Unternehmer gehen zur Bank und holen sich gewissermaßen die Überschüsse das Sparen der Haushalte und verwandeln es in Maschinen und Arbeitsplätze dann hat der dritte Sektor der Staat einen ausgeglichenen Haushalt ohne dass er irgendwas machen musste 20 Jahre lang haben wir in Europa den Sozialstaat ausgebaut und die Staatsschuldenquote ist permanent gesunken noch einmal weil das müsste man jedem dieser gescheiten Ökonomen immer wieder sagen in der Zeit in der der Sozialstaat ausgebaut wurde ist die Staatsverschuldung gesunken und in den letzten 40 Jahren wo wir tendenziell den Sozialstaat eher zusammenstutzen ist die Staatsverschuldung gigantisch angestiegen der Grund ist leicht erklärt der Unternehmenssektor hat aufgehört Kredite aufzunehmen die Unternehmen sind heute in ihrer Gesamtheit ein Finanzakkumulationssektor mit Unternehmen meine ich natürlich die Unternehmen der Realwirtschaft also Konzerne wie VW Fiemens was auch immer bilden Finanzkapital netto jetzt haben wir ein systemisches Problem denn die Summe aller Überschüsse und Defizite ist sie erahnen es schon immer null ja in einem geschlossenen System bleibt nichts übrig wenn die Haushalte Überschüsse haben und die Unternehmen haben leider auch Überschüsse dann müssen zwei andere Sektoren die Defizite haben das kann nur der Staat sein oder der Rest der Welt der Rest der Welt ist nämlich der vierte Sektor das Ausland das ist die deutsche Lösung Deutschland sagt ja dann macht halt das Ausland das Riesendefizit wir haben einen Leistungsbilanzüberschuss wir sind super wir haben unsere Hausaufgaben gemacht ohne systemisch zu begreifen dass sie damit die Hauptverursacher der Euro-Krise wurden ja weil sie haben sozusagen über ihr Export-Weltmeistertum sich sehr daran erfreut dass die südeuropäischen Länder Defizite gemacht haben auf Deutsch Deutschland hat permanent mehr nach Südeuropa unter anderem exportiert als diese als sie von dort gekauft haben Kommen wir noch mal ganz kurz wie ich hier unterbreche nochmal auf die Staatsverschuldung sozusagen oder die Defizitgrenzen von mir aus auch die maßliche Kriterien die es ja auch schon vorher gab zu sprechen und der Vorschlag war ja sozusagen dass man auch alternative Formen also meine Intervention war ja gerade dass man vielleicht auch so eine Art föderales System genau wie in einem Bundesstaat die einzelnen Länder machen einen Länderfinanzausgleich etc. Also wäre das nicht möglich gewesen Nein, das nutzt doch nichts wenn der Zinssatz zum Beispiel drei Jahrzehnte lang über der Wachstumsrate liegt dann bedeutet das dass jeder Schuldner nur weniger Kredite aufnehmen darf als er einen Zinsen für die Altschule zu bezahlen hat so das bedeutet aber dass der Unternehmensektor nicht aus Böswilligkeit aufgehört hat Primärdefizite aufrecht zu halten er hat gesagt okay, wenn das so ist Zinssatz über der Wachstumsrate tolle Spekulationsmöglichkeiten auf den Finanzmärkten wir investieren nicht real wir investieren finanziell das ist aus der Sicht des einzelnen Unternehmers völlig rational warum so Siemens weiter eine Handysparty haben und sagen und meine Treasury also die Finanzvermögensvermehrungsabteilung macht höhere Renditen durch Finanzspekulation nur systemisch kann es sich nicht ausgehen insofern ist es ganz egal ob ich jetzt die Schuld aufteile sondern ich muss sozusagen zu einer Spielanordnung finden wo sozusagen realwirtschaftliches Unternehmertum wieder besser gestellt wird als Finanzalchemie solange es sich für die Akteure in einer Welt der Unsicherheit scheinbar mehr auszahlt mit irgendwelchen Derivaten zu handeln oder sonstige Finanzinvestments zu tun werde ich zwingend in eine steigende Staatsverschuldung kommen banal gesprochen und das ist auch der Stoff aus dem die nächste Krise ist an der wir natürlich fleißig arbeiten seit 10 Jahren das ist doch vollkommen klar die Finanzvermögen der Menschen sind in den letzten 10 Jahren gigantisch gestiegen nur leider Gottes das Realkapital das heißt das Finanzvermögen ist nicht gedeckt durch reale Werte sondern durch Staatsschulden Sie brauchen doch nur die Bilanzen von Banken anschauen die Sparer die bei der Erste Bank oder keinen Namen nennen sozusagen Einlagen haben die sagen sich ich bin reich mir kann nichts passieren aber sie sollten halt ein bisschen mehr drauf schauen was die Gegenposition auf der Aktivseite der Bilanz ist und das ist ziemlich wenig Kredite an Unternehmen und das ist sehr viel Staatsverschuldung Gut, aber was hätte man jetzt ich würde Gabriele Michals auch noch mal fragen jetzt Alternativen zum Beispiel zum Fiskalpakt was hätte man tun können jetzt in der konkreten Situation wo das ja systemisch schon seit den 70er Jahren wie du argumentierst aufgebaut worden ist was hätte man jetzt an Alternativen Vorschlägen machen können Gabriele Michals kannst du Ja also ich würde gerne noch auf ein paar Punkte replizieren die vorher genannt wurden jetzt denke ich dass zum Beispiel ein wesentlicher Punkt der irgendwie auch illustriert was Stefan Schulmeister jetzt versucht hat zu verdeutlichen und den sie angesprochen haben also die Staatsschuldenentwicklung beispielsweise in Griechenland dass wir sozusagen nach dem Programm der Troika nach den Austeritätsprogrammen die jetzt seit Jahren in Griechenland laufen eine sehr viel höhere Staatsverschuldung haben als vorher ja also ich denke das ist einmal wesentlich das festzuhalten dass also in dem Sinn diese neoliberale Strategie nicht einmal nach den eigenen Kriterien funktioniert ja also musste man fragen was ist die Rationalität und ich meine halt es geht überhaupt nicht in dem Sinn um die Staatsstulden es geht darum die Menschen zu enteignen es geht darum sozusagen alle Arbeitsrechte massiv zu beschneiden es geht darum die Deregulierung des Arbeitsmarktes voranzutreiben die Menschen in auch in Österreich natürlich mehr und mehr in Arbeit zu zwingen also zu zwingen der Zwang ist sowieso da aber wirklich jede Möglichkeit am Rande des Arbeitsmarktes irgendwie noch zu existieren sozusagen völlig zu nehmen ja indem eben jede Unterstützung jeder Sozialtransfer für länger anhaltende Arbeitslosigkeit gestrichen wird das sind die Rechte der Gewerkschaften einzuschränken also in dem Sinn die Masse der Bevölkerung ich denke das ist das Grundlegende es geht letztlich um ganz fundamentale Rechte die hart erkämpft wurden die wesentlich substanziell Demokratie mit ausmachen und insofern würde ich Stefan Schulmeister auch widersprechen ich denke natürlich geht es um die Dominanz einer Theorie aber warum ist diese Theorie so dominant ich meine da gibt es spezifische Interessen dahinter warum gibt es sozusagen nicht fünf neue linke Thinktanks in Österreich sondern drei neue Rechte also relativ neue Rechte ja weil es kein Kapital gibt ganz simpel also es hat was mit Ressourcen zu tun es hat was mit Kapitalkonzentration zu tun und 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 ja ich denke die ökonomische Theorie und deren Dominanz ist eine Sache aber das ist nicht losgelöst von materiellen Bedingungen zu verstehen und ich denke man muss das schon auch sehen wir sehen natürlich in diesem ganzen historischen Kontext 1989 und diese Triumphstunde quasi des Kapitalismus und damit das Ende der Systemkonkurrenz und die scheinbare Alternativlosigkeit ja mit und der unglaubliche also das was an den Universitäten gelehrt wird ich meine ich weiß sehr sehr genau was an den Universitäten gelehrt wird es wird was ökonomische Theorie betrifft erstens keine Theoriegeschichte mehr gemacht fast überhaupt keine Theoriegeschichte das heißt die Ökonominnen und Ökonomen lernen im Wesentlichen nicht wie veränderbar ökonomisches Denken ist wie es an gesellschaftliche und natürlich damit auch an materielle Verhältnisse gebunden ist und halten das für Naturgesetze und so wird es ja auch vermittelt die herrschende Lehre ist sozusagen ein Naturgesetz ja es wird es wird es wird weder Marx es wird auch praktisch überhaupt kein Keynes mehr gelehrt es wird einfach wirklich in dem Sinn ist es total verengt es gibt keine heterodoxe Ökonomie an den Universitäten außer bei den Studierenden die das sozusagen noch selbst organisiert versuchen ja und so weiter ja das ist sozusagen die eine Seite dann wollte ich aber noch ganz kurz vielleicht noch eine Bemerkung machen auch zu dieser Frage eben Generationen das kommt ja immer wieder und das ist ja auch bei der derzeitigen Regierung zu erwarten dieses Argument Generationengerechtigkeit also wir dürfen unseren Kindern doch keine Schulden überlassen etc. ich denke das ist natürlich ganz grundlegend falsch weil es natürlich Investitionen braucht um sozusagen künftiges Leben in dem Sinn zu erleichtern zu ermöglichen und die Frage wenn wir diese Frage nach den Generationen stellen dann müsste man sie vor allem natürlich auch ökologisch bedenken ja weil natürlich unendliches Wachstum nicht möglich ist und von daher ist natürlich auch diese ganze Wachstumsfrage wirklich brennen aber genau das Gegenteil passiert es wird völlig ignoriert wenn man sich den EU Rahmen ansieht also das was sozusagen in dieser langfristigen mittelfristigen Strategie Europa 2020 sind ja ökologische Zielsetzungen ist der Klimawandel zumindest noch erwähnt aber in den tatsächlich relevanten Bestimmungen zu Economic Governance spielt Ökologie überhaupt keine Rolle das ist alles sozusagen Klimawandel ist alles völlig egal es ist auch völlig egal ob die Menschen sozusagen sich über Suppenküche ernähren müssen oder ja sozusagen oder sozusagen am Stress zugrunde gehen es ist irgendwie völlig gleichgültig und ich finde das ist sozusagen das Arge es ist eine Politik eine Wirtschaftspolitik die natürlich Lebensverhältnisse unmittelbar bestimmt die völlig alle nicht nur sozusagen diese ganze sozusagen Blindheit im System hat sondern auch wirklich alles an sozialen ökologischen und sonstigen Zwängen völlig ausblenden Hallo also ich würde gerne auch mal bitten auch nochmal darauf zu reagieren weil wir haben jetzt mehrere sehr kontroverse Punkte gehört Gabriele Möcher hat gesagt Menschen werden enteignet in diesem System Sie haben gesagt was kann die Politik eigentlich langfristig gegen die Arbeitslosigkeit tun haben aber noch keine Vorschläge dazu gemacht ich habe schon mal gesagt Linke Ökonomen haben versagt wie sehen Sie das? Konkret auf die Frage was die was die Institution machen können um die Arbeitslosigkeit oder worauf genau jetzt? Genau gegen die Arbeitslosigkeit also wurden die drei Punkte was sagen Sie zu dem Thema die Menschen wurden enteignet also wie schon gesagt ich glaube in Griechenland ist vieles nicht so gelaufen oder ziemlich unglücklich gelaufen und vieles wird man wahrscheinlich so auch nicht mehr machen jetzt kann man natürlich sagen das war alles die Schuld der Geldgeber und der Troika des neoliberalen Systems Spanien Irland zum Beispiel haben die Reformen besser funktioniert oder hat das Ganze besser funktioniert dort ist die Verschuldung gesunken oder zumindest in Relation zum Bruttoinlandsprodukt gesunken Die haben aber auch unterschiedliche Wirtschaftssysteme in dem Sinne dass man in Irland ganz hohe Foreign Direct Investments hat die man in Griechenland zum Beispiel nicht hat Spanien hatte auch ein Problem mit seinem Immobiliensektor und hat aufgrund der Bankenlage dort riesige Verschuldungszunahmen gehabt und haben auch dort es reformiert und es läuft vergleichsweise besser jetzt es ist also nicht so dass das per se überhaupt scheitert es ist in Griechenland gescheitert bin ich Ihrer Meinung jetzt kann man darüber diskutieren ob das scheitern muss vom System ich glaube nicht dass es scheitern muss vom System ich glaube dass es in Griechenland hat es halt nicht funktioniert und viele Maßnahmen waren wahrscheinlich auch nicht glücklich Aber wo ist die Einsicht dass es in Griechenland nicht funktioniert hat? Ich meine da wird es sozusagen es wird immer ärger es wird immer more of the same Naja inzwischen also ich ich muss erst mal also ich muss ja nicht die die ruhiger verteidigen in dem Sinne also wir sehen in Griechenland jetzt das erste Jahr das Wachstum das ist die Frage ob das jetzt nachhaltig sich wirklich ändert muss man halt sehen aber man hat was man hat es eben probiert in anderen Ländern hat es funktioniert in Griechenland es nicht funktioniert was jetzt die einzelnen Gründe sind das wird glaube ich jetzt den Rahmen sprengen was alles in Griechenland anders ist als zum Beispiel in Irland warum es in Irland leichter gewesen ist als in Griechenland kann man drüber streiten ich glaube das per se der Versuch von außen etwas aufzuzwingen einfach zum Scheitern verurteilt war in Griechenland es wäre sicherlich besser gewesen das den Staat selbst machen zu lassen und den Aufbau zu versuchen in welchem System auch immer ja aber in anderen Ländern hat es besser funktioniert würde ich zu dem Punkt sagen Das ist natürlich auch eine Frage was heißt funktioniert ich meine wir haben die Massenarbeitslosigkeit auch in Spanien wir haben die Verarmung weil die Bevölkerungsdäger auch in Spanien ich meine was heißt funktioniert naja die Reformen haben dahingehend funktioniert dass es auf dem Weg der Besserung ist das heißt es hat funktioniert auf dem Weg der Besserung für wen für die Menschen die Arbeitslosigkeit geht zum Beispiel zurück für die Menschen die ihren Job verloren haben die jetzt aufgrund der Reform ich meine es gab viele Entwicklungen also der Bausektor war halt überdimensioniert und war halt keine nachhaltige Wirtschaft das heißt die Leute sind dann nach dem Zusammenbruch dieses Wirtschaftssektor halt arbeitslos geworden man kann natürlich auch weiterhin das ganze Land zupflastern mit Gebäuden aber das hilft halt auch relativ wenig man muss dann auch einfach anerkennen dass Fehlentwicklungen gab die natürlich zu individuellen Konsequenzen führen was niemand will aber das ist halt das Resultat einer Krise und funktioniert heißt man hat die hohe Verschuldung die der Staat hatte reduzieren können man hat von einem schrumpfenden Wirtschaft auf einen Anstieg der Wirtschaft umschalten können und inzwischen haben wir eine steigende Beschäftigung und eine rückgängende Arbeitslosigkeit das heißt man hat den Umschwung funktioniert das heißt das ist was ich meine man ist auf dem Weg der Besserung Ja wir haben zuerst die Arbeitslosigkeit auf 26 Prozent offiziell also über das müsste man ja auch reden was wird in der Statistik ausgewiesen und was wird in der Statistik nicht ausgewiesen aber sozusagen wir haben die jetzt offiziell bei 26 Prozent und jetzt sinkt es um einen Prozentpunkt und das ist dann der Erfolg aber es wurde sozusagen was wurde eigentlich gemacht es wurden sozusagen die gewerkschaftlichen Rechte und vor allem das Arbeitsrecht in dem Sinn völlig unterminiert und es wurde dereguliert Was denn zum Beispiel? die Kollektivvertragsrate ist in Griechenland mittlerweile glaube ich bei 4 Prozent oder so und in Spanien na gut nur ein kleiner Hinweis Spanien und Portugal besonders Portugal geht es seit 2013 eindeutig besser aber nur deshalb weil die Regeln nicht mehr eingehalten werden müssen es gibt ein stillschweigendes Agreement zwischen der Europäischen Kommission und den Regierungen dass nur mehr ein einziges Land kanifelt wird das ist Griechenland das ja auch nichts bekommt aus dem aus dem Quantitative Easing Programm das ungeheuer wichtig war der Europäischen Zentralbank wenn wir bitte rekapitulieren die Sparprogramme nach 2009 2010 haben in ganz Südeuropa eine katastrophale Entwicklung ausgelöst dann kommt der Herr Draghi wird EZB-Präsident ändert den Kurs ganz radikal weil Gott sei Dank er von Goldman Sachs kam und der Herr nicht wie ein deutscher Professor an irgendwelche religiösen Vorstellungen glaubt sondern als Schlitzohr einigermaßen weiß wie Finanzmärkte funktionieren und aufgrund dessen wurden sozusagen die die politischen Grundlinien viel radikaler geändert als man es nach außen zugab aber das hätte auch noch nichts genützt wenn nicht die Europäische Kommission de facto den Fiskalpakt für diese Länder außer Kraft gesetzt hätte bis heute haben die strukturelle Defizite die weit über 0,5 Prozent sind und kein Hund kriegt danach aufgrund dessen konnte Spanien und Portugal rausgehen wieder sich erholen und diese Nullzinspolitik hat natürlich nach einer langen Periode wo noch nicht viel passiert ist natürlich jetzt auch ihre Früchte getragen weil wenn ich einen negativen Nullzins habe werde ich als Unternehmer dann auch langsam geneigt sind Kredite aufzunehmen was für mich aber so wirklich schlimm ist da gebe ich schon davon mich eigentlich recht ist dass man Griechenland sozialpsychologisch als den Sündenbock schlechthin weiterhin verwendet dazu kam natürlich der Wahlsieg der Syriza da musste man dann noch eine sozusagen drauf haben aber sind wir froh dass der Trage wenigstens überrissen hat dass diese Spielanordnung sowieso nicht funktioniert das Fatale ist lediglich dass die Nullzinspolitik unvermeidlicherweise den Aktienboom und wie es ausschaut in manchen Regionen auch schon wieder den Immobilienboom anheizt die Anleihenkurse sind auf historischen Höchstständen also wir haben schon wieder ein ganz schönes Absturz Potenzial von dem ich aber nicht sage dass es notwendigerweise in den nächsten sechs Monaten aktiviert wird aber die historische Wahrscheinlichkeit spricht eher dafür dass wir wieder sozusagen Bärenmärkte erleben werden das war jetzt schon der Ausblick ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage die ich auch aufgeschrieben hatte im Vorfeld die jetzt auch zu der Diskussion passt eigentlich welche Auswirkungen hatte dann eigentlich wir haben sie jetzt schon auch diskutiert die Finanzkrise auf bestimmte Bevölkerungsgruppen ja du hast es auch nochmal genannt vor allen Dingen Frauen wurden betroffen es kommt jetzt nicht ja auch daran oder Jugendliche vor allen Dingen sie haben gesagt die Politik muss auch den Arbeitsmarkt irgendwie regulieren oder steuern was gäbe es denn für Möglichkeiten also vielleicht können wir nochmal über die Frage diskutieren politisch einzugreifen jetzt um die Arbeitslosigkeit vor allen Dingen zu senken also ich glaube bei der ganzen Geschichte um Griechenland und Spanien sollte man nicht ganz vergessen sie haben in den Jahren vor der Krise haben diese Länder ein irres Wachstum erlebt das heißt also sie haben vor der Krise extreme Zuwächse gehabt das heißt die Beschäftigung ist gestiegen die Löhne sind gestiegen der Produktionssektor ist gestiegen und man muss sich halt hinterfragen ob das wirklich ein nachhaltiges Wachstum war oder ob das nicht einfach eine Blasentwicklung war die damit durchzustande kam dass mit der Integration in Europa die Zinsen für die Verschuldung in diesen Ländern massiv runterging und sie haben gesagt Deutschland Deutschland hat natürlich davon jahrelang profitiert indem sie halt gesagt haben okay die Länder nehmen jetzt eben über Kredite nehmen sie uns die Waren ab das finden wir gut solange es funktioniert und 2008 wo es dann nicht mehr funktioniert hat fand es mal nicht mehr gut weil man dann Angst hatte okay jetzt müssen wir für die Schulden im Migrate stehen aber man hat diese Entwicklung halt diese Illusion dieses Wachstums auch mitgetragen und deswegen ist dieser Einbruch um diese Zahlen die jetzt halt sehr sehr frappierend wirken nicht so überraschen wenn man sich das anschaut denn im Prinzip ist man relativ zurückgegangen auf ein Niveau was ist eben vor diesem Boom da das heißt diese Korrektur hat stattgefunden weil die Wirtschaft einfach auf einer auf einer Blase gewachsen ist die nicht nachhaltig war in dem Wirtschaftssystem wie es war Nein Steffen bitte Nein nur ein ganz kleiner wirklich wichtiger Punkt die ganze Krise Griechenlands Spaniens hätte es überhaupt nicht geben müssen wenn 2010 schon der Trage EZB-Chef gewesen wäre der hätte es nicht geduldet dass private Akteure auf ein Staatsmangrott von einem Mitgliedsland der europäischen Währungsunion spekulieren dürfen ja geht es noch wo sind wir eigentlich ja aber die bitte was meinen Sie mit spekulieren spekulieren das heißt ja dass jemand ein Papier anbietet und ein anderer sagt er braucht das Nein spekuliert wurde mit sogenannten Credit Default Swaps das sind Wetten bei denen ich ohne dass ich eine Forderung gegen Griechenland habe einfach mit einem Dritten die Wette abschließe wenn sich die Bonität Griechenlands verschlechtert kassiere ich die die mit den Wetten begonnen haben sind genau jene gewesen die Griechenland beraten haben wie sie die Europäische Kommission austricksen können nämlich Goldman Sachs und Co es ist aber eine prinzipielle Frage ob in einer Demokratie es zulässig ist dass Finanzinvestoren nennen wir sie so auf dem Bankrott souveräner Staaten Wetten abschließen die Vereinigten Staaten waren für eine ganz kurze Zeit in Gefahr dass diese CDS Wetten auch gegen das Federal Government der USA eingegangen werden das wurde sofort abgedreht aber auf der Stelle ja weil die Amerikaner nicht so blöd sind ich meine die sind so lange für freie Märkte solange sozusagen dem eigenen Staatsinteresse dient aber so blöd zu sein dass man als souveräner Staat es zulässt dass Finanzakteure die eigene Existenz infrage stellen sind sie nicht aber und damit bin ich wieder bei dieser ganz wichtigen Bedeutung der Welt anschauen seit 30 40 Jahren leben wir in einer Welt wo die Märkte Subjektcharakter annehmen lesen sie Zeitungen in den Zeitungen steht die Märkte machen die Märkte bestrafen Griechenland die Märkte sind keine Subjekte Subjekte sind Menschen aber der Neoliberalismus hat dieses Verhältnis von Subjekt und Objekt umgedreht genau wie Friedrich August von Hayek es wollte Hayek schreibt wörtlich die Menschen müssen sich den anonymen Kräften des Marktes unterwerfen das ist die Paradoxie des Neoliberalismus Freiheit durch Unterwerfung der Markt wird als ein Wesen gedacht das mit unsichtbarer Hand irgendwelche Dinge steuert wir werden jetzt gleich noch in die Diskussion gehen das ist ganz was anderes es geht es geht um die fast philosophische Frage was passiert wenn man eine Institution die die Menschheit geschaffen hat als Instrument zu einem Subjekt erhebt und das ist so in der Zeitung gestanden die Märkte bestrafen Griechenland mit hohen Zinsen die überhaupt nicht abstrakt die Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet was man nun gegen die Arbeitslosigkeit tun kann das ist immer noch eine offene Frage ich würde die auch ein bisschen weiterreichen an den restlichen Podiums weil was heißt das jetzt für die Zukunft auch wir haben immer noch eine sehr hohe Arbeitslosenrate besonders bei den Jugendlichen sowohl in Griechenland aber auch immer noch in Spanien auch in anderen Ländern wir haben auch in Österreich eine extrem hohe Arbeitslosenrate de facto obwohl Österreich eines der Länder mit der niedrigsten Arbeitslosenrate ist in der EU aber man muss sich das vorstellen was das heißt wir haben jetzt ausgewiesen für 2017 ungefähr 8,5% nach traditioneller österreichischer Berechnung nach Eurostat sind das ich weiß nicht 4, irgendwas und das ist doch das sind sozusagen also offiziell ungefähr 330.000 Personen ja aber was ist da sozusagen nicht enthalten es sind nicht enthalten diejenigen die in Schulung sind das sind ungefähr 70.000 so im Schnitt es sind nicht enthalten die sogenannte stille Reserve also diejenigen die zwar gerne arbeiten würden aber die Arbeitssuche die Aktive nicht mehr nachweisen nicht mehr sozusagen in dem Sinn aktiv suchen weil sie noch der 2000. Bewerbung aufgegeben haben die aber innerhalb von zwei Wochen auch verfügbar wären und sozusagen arbeiten würden also diese sogenannte stille Reserve diese SchulungsteilnehmerInnen und dann haben wir unglaublich viele Teilzeitbeschäftigte die eigentlich einen Vollzeitjob gesucht haben ja und deswegen würde ich euch jetzt alle drei nochmal bitten was können wir jetzt konkret tun also sind die tatsächlichen Arbeitslosenzahlen extrem unterschätzend selbst wenn man die österreichische Berechnung heranzieht das wollte ich nur abschließen gut aber was wäre ok dann gehen wir nochmal zurück Hanno Lorenz Sie haben die Frage auch noch nicht beantwortet ja im Prinzip muss die Wirtschaft die Arbeitsplätze schaffen das heißt man muss was heißt das konkret ja man muss die Rahmenbedingungen setzen dass Investitionen Herr Schulmeister hat zum Beispiel kritisiert dass die Unternehmen nicht mehr investieren sondern stattdessen Finanzkapital ihr Geld anlegen ich sehe das ein bisschen differenzierter gibt es teilweise aber längst sind auch die Investitionen steigen halt real über die Zeit hinweg stark an also wir haben so viel Investitionen oder Kapitalstock in Österreich wie wir noch nie zuvor hatten also ich also in Relation zum Wirtschaftsfakt das hat auch zum Monat bitte das hat zwei Jahre aber vorher hatten wir einen kurzen Eindruck aber in einer langen Zeit ist es am steigen also es ist nicht rückläufig oder stabil seit den 70er Jahren sondern es ist am steigen ja und im Prinzip die Jobs entstehen durch Produktion und dafür sollte man die Rahmenbedingungen schaffen und das heißt man muss sich überlegen warum es den Leuten Arbeitslosigkeit fehlt da die Qualifikation da muss man eben hingehen und sagen wie schaffe ich diese Leute zu qualifizieren ein Problem ist vielleicht die Mobilität in manchen Bereichen wo es dann heißt ich möchte nicht in Bogenland zum Beispiel arbeiten wenn ich in Wien arbeitslos bin dann kann man darüber diskutieren ob das besser wäre wenn diese Person in Bogenland arbeitet als in Wien arbeitslos zu sein das sind Diskussionen die es gibt ja man kann natürlich Arbeitsplätze fördern indem man sagt man senkt die senkt die Abgaben des Status darauf das heißt man subventioniert zum Beispiel Sozialversicherung man geht hin und sagt man senkt die Einkommensbesteuerung oder die Besteuerung von Arbeit generell damit es attraktiver ist für die Unternehmen Arbeitskräfte einzustellen also gibt es eine ganze Bandbreite die man machen kann damit eben in der Wirtschaft die Jobs geschaffen werden Stefan Schumacher Mein Bild mein Bild für die Beschäftigungssituation ist ein bisschen das Spiel wir fahren nach Jerusalem wenn ich da 100 Sesseln habe und 110 rennen um die Sessel herum werden immer 10 übrig bleiben ich kann dann aus einem Sessel drei Stockerl machen dann habe ich prekäre Beschäftigungsverhältnisse und werde die Arbeitslosenstatistik verbessern aber das Grundproblem ist nicht gelöst warum hatten wir 25 Jahre lang Vollbeschäftigung weil es sich für die Unternehmer ausgezahlt hat Sesseln hinzustellen und warum zahlt es sich für die Unternehmer in den letzten 30, 40 Jahren weniger aus Sesseln hinzustellen weil sie alternative Renditemöglichkeiten haben wenn ich ein Unternehmer bin und ich hätte sozusagen liquide Mittel auf Deutsch ich habe es sozusagen jetzt Geld zur Verfügung eine Million Euro und ich kann entweder Arbeitsplätze schaffen gemeinsam mit Maschinen natürlich das ist immer komplementär oder ich kann auf den Finanzmärkten aktiv werden dann hängt es einfach von meinen Erwartungen über die weitere Entwicklung ab das ist in den letzten 10 Jahren nach der Finanzkrise die Realinvestitionen in Gesamteuropa zurückgegangen sind 10 Jahre lang bis vor etwa 1,5 Jahren das hat völlig verständlich damit zu tun dass meine Million die ich in eine Maschine stecke verloren ist wenn meine Erwartungen nicht eintreten Sankt Investment verloren hingegen hingegen wenn ich liquide bleibe mit Derivaten Aktien was auch immer habe ich die Illusion ich kann es nicht verlieren oder höchstens einen Kursverlust machen das heißt eine Grundbotschaft des Herrn Keynes die völlig richtig ist war immer Kapitalismus kann nur funktionieren wenn die Erwartungen der Menschen über die Zukunft stabilisiert werden und das geht eben nicht in der Finanzalchemie das ist unmöglich ich kann nicht bei Märkten die wirklich an manisch-depressiven Irrisen leiden bitte sehr die Aktienkurse sind jetzt auf dem dreieinhalbfachen Stand von 2009 davor sind es um 40% gefallen davor sind es wieder aufs dreieinhalbfache gestiegen schauen sie sich doch die Entwicklung der wichtigsten Finanzindikatoren an und das schon seit 40 Jahren der Wechselkurs des Dollars ein fundamental wichtiger Preis für die Weltwirtschaftskrise verliert 50% an Wert in die 70 verdoppelt sie wieder bis 85 fällt wieder um 70% bis 95 steigt wieder fällt wieder das ist crazy weil wenn der Dollarkurs so stark sich verändert hat der Ölpreis ist nicht undankiert ja wie die OPEC schaut dass sich das auch nicht gefallen lässt wo die Währungen in der sie bezahlt werden massiv an Wert fällt was ich nur meine ist ich herrsche auf dass sozusagen die Dinge so unglaublich zusammenhängen und Arbeitslosigkeit kann ich langfristig nur bekämpfen wenn Unternehmertum auf allen Ebenen wieder besser gestellt wird als Finanzalchemie Kapitalismus als Finanzkapitalismus hat sich in der Geschichte immer selbst zerstört und meine Prognose wird sich auch diesmal selbst zerstören das ist ein gutes Stichwort also wir haben jetzt sozusagen hier verschiedene Positionen wir haben sozusagen die strukturelle Ebene und Dimensionen die ihr beiden angesprochen hat wir haben eher die subjektiven Vorschläge sozusagen auch was Arbeitnehmerinnen betrifft auf der Seite ich würde jetzt gerne die Diskussion erstmal öffnen ja ich habe aber noch gar nichts zu wissen ich habe dich am Anfang schon gefragt dazu möchtest du noch kurz was dazu sagen ja ich konnte noch gar nichts dann gehen wir in die ich möchte noch bevor ich mit der Arbeitslosigkeit beginne nur einen Punkt noch sozusagen Stefan Schulmeister unterstützt insofern auch sagen und dieser Spekulationswahnsinn den man doch wirklich mit einer Finanztransaktionssteuer einigermaßen eindämmen könnte das wird und das wäre ganz einfach in dem Sinn ist sozusagen unter diesen politischen Verhältnissen nicht zu machen zur Arbeitslosigkeit ich denke natürlich ist die Frage der Arbeitszeitverkürzung der Verteilung von Arbeit eine nach wie vor ganz brennende wir haben ja wirklich die Problematik dass die Überlastung die sozusagen das Stressniveau die Überforderung bei ganz vielen unglaublich ausgeprägt ist ich kenne das aus meinem Umfeld sozusagen wirklich alles sind kaum mehr ansprechbar weil sie permanent so unter Druck stehen das ist die eine Seite die andere Seite ist natürlich dass es nicht nur um irgendwelche Minijobs geht sondern dass es tatsächlich um existenzsichernde Arbeit geht wir haben das Problem dass Erwerbsarbeit in hohem Maße eben gar nicht mehr existenzsichernd ist vor allem für Frauen nicht also für die Hälfte der Frauen am Arbeitsmarkt ist sie das kaum mehr oder gar nicht mehr ich denke dass die Frage natürlich auch zu stellen ist wie weit soll man so grundlegende Dinge wie eben Gesundheit Bildung etc. über Märkte abwickeln ich meine das wird grenzenlos kommunifiziert und insofern denke ich doch dass das nicht der Fall sein sollte und dass insofern durchaus Arbeitsplätze auch vom öffentlichen Sektor geschaffen werden können und geschaffen werden müssten meines Erachtens und die sozusagen diese das was sie angesprochen haben die Qualifizierung beziehungsweise mangelnde Qualifikation ich meine es ist nicht so dass 400.000 einfach mangelhaft qualifiziert sind ja nein es ist es ist eine Individualisierung des Problems es ist sozusagen die Qual wir haben man muss ja auch sehen wir haben einen ganz großen Sektor niedriglohn arbeiten wo es sozusagen die Qualifikation überhaupt nicht der Punkt ist also es ist sozusagen natürlich auch darüber nachzudenken ganz grundlegend was soll Erwerbsarbeit sein in welcher ich meine sozusagen jenseits dieser Frage Kapitalismus retten und sozusagen uns in einem kapitalistischen Umfeld retten sondern wollen wir so leben dann gibt es nicht andere Möglichkeiten Gesellschaft zu organisieren und welchen Status soll dabei Erwerbsarbeit haben und wären nicht wirklich 20 Stunden Erwerbsarbeit für alle ist das nicht genug wie sollen wir in dem Sinn unser wie wollen wir auch unser Leben ausrichten ich denke das ist wichtig ja ich denke das in dem Zusammenhang natürlich auch gerade im Hinblick auf eben Armutsprävention und die Frage einer Relativierung von Erwerbsarbeit ein Grundeinkommen zu diskutieren ist auf jeden Fall gut ich würde jetzt gerne die Diskussion fürs Publikum öffnen danke für eure Beiträge alle ich fange hier vorne an dann gehen wir weiter nach hinten durch die ersten beiden Fragen gingen glaube ich hauptsächlich an dich ja zu der ersten Theorie Frage meine Sicht ist ungefähr so der englische Ökonom Keynes hatte zwei Hauptbotschaften die eine wurde übernommen wenn auch trivialisiert nämlich dass eine kapitalistische Marktwirtschaft krisenanfällig ist und daher der Staat eingreifen muss die zweite Botschaft die hat er allerdings theoretisch nicht ausführen können die war aber mindestens so wichtig nämlich der Krisenherd sind immer die Finanzmärkte die Finanzmärkte müssen prinzipiell anders behandelt werden als die Gütermärkte weil Erwartungsbildung Entscheidungsfinden auf den Finanzmärkten grundsätzlich anders ist das hat der Keynes fantastisch skizziert aber nicht theoretisch fundiert und die Nachfolger haben damit nichts zu tun haben wollen außer dem Minski vielleicht weil wenn man nämlich nicht akzeptiert dass die Freiheitsmärkte systematisch so manisch-depressive Schwankungen haben und Keynes war selbst ein sehr erfolgreicher Spekulant wie wir wissen und war auch Direktor von zwei Versicherungen was weniger bekannt ist und war eben nicht ein Wissenschaftler der irgendwo im Elfenbeinturm lebte sondern mit dem Geld Menschen hat er tagtäglich zu tun gehabt und jetzt Tragödie dieser zweite Teil der Keynes Botschaft das war wie ein Forschungserbe an seine Nachfolger da müsste er weiterarbeiten es müsste theoretisch fundieren er hat keine Theorie der Spekulation geliefert er hat zwar wunderbare Polemiken geschrieben warum das alles ein Schwachsinn ist wovon man sozusagen dem schnellen Geld nachläuft aber es ist keine Theorie gewesen und seine Nachfolger haben das beiseite geschoben und das hat die Einbruchsschneise der Neoliberalen oder eine wichtige Einbruchsschreise ermöglicht indem nämlich dann Theoretiker wie Milton Friedman sagten ja bitte destabilisieren die Finanzspekulation das kann es ja gar nicht geben 53er Aufsatz und muss man jetzt kurz halten der Durchbruch 71 ist typischerweise den Neoliberalen gelungen durch die Hintertür der Finanzmärkte verstehen Sie in Europa hätte niemand die Vorderung der Neoliberalen weg mit dem Sozialstaat weg mit den Gewerkschaften akzeptiert aber über die Hintertür der Entfesselung der Finanzmärkte wurden Sachzwänge produziert und 20 Jahre später hat man gesagt ja da kann man leider nichts machen jetzt müssen wir Maastricht Kriterien machen wir müssen leider wir würden ja so gerne den Sozialstaat haben aber wir können uns den Sozialstaat leider nicht mehr leisten es ist die Sachzwangsschiene und deswegen betone ich so sehr die Rolle der Theorie weil die Theorie hat dieser Sachzwangsschiene eine scheinbar wissenschaftliche Fundierung gegeben das ist der große Trick und da war der Hei genial das muss man leider sagen das ist einer der größten intellektuellen Kriegsführer die es je gegeben hat der war einfach gut das muss man leider wirklich sagen und so das war vielleicht zu lange schon als Antwort und zur Globalisierung da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer was die Dame meinte weil ich denke dass auch auf Ebene der Globalisierung das Fatalere war die Globalisierung der Finanzmärkte war noch fataler als die Globalisierung der Gütermärkte die Globalisierung der Gütermärkte bedeutet natürlich Abwanderung von Arbeitsplätzen über multinationale Kozerne all das aber was sozusagen dem Unternehmertum bei uns so viel zugefügt hat das ist schon dass eben die wichtigsten Preise für Unternehmer Wechselkurs Rohstoffpreise alle zum Gegenstand kurzfristiger Spekulation wurden mit absurden Schwankungen Aber man kann sich nicht ausnehmen nicht Nein man könnte sich Nein man könnte Europa könnte sehr viel machen Europa Ich meine Europa ist ja nicht gerade so ein kleiner Wirtschaftsraum wir könnten sozusagen in erheblichem Maße standortgebundene Arbeitsplätze schaffen wenn wir zum Beispiel sagen so wie quasi in einer Art New Deal denken wir schaffen uns in Europa eine ökologisch bessere Welt der gesamte Gebäudebestand gesamte Gebäudebestand in Europa wird thermisch saniert da haben sie über 15 Jahre Millionen zusätzliche Arbeitsplätze und die CO2 Emissionen sinken oder wir bauen Hochgeschwindigkeitsstrecken und von Bukarest nach Wien fährt man nur 6 Stunden New Deal Denken setzt voraus dass man sagt das Schicksal des Menschen ist der Mensch und nicht der Markt und solange wir sozusagen nicht die Selbstentmündigung des Menschen durch die neoliberale Theorie die das höheres Wesen genannt Markt gezaubert hat solange wir nicht wieder zu einem Ausgang aus der selbstverschuldeten Marktreligiosität finden sind natürlich alle Gedanken über in welcher Gesellschaft wollen wir leben sinnlos weil dieser Gedanke in der neoliberalen Theorie gar nicht vorgesehen ist in der neoliberalen Theorie ist die Frage in welcher Gesellschaft will ich leben illegitim weil es der Markt macht wohin wir wohin die Reise geht und nicht wir und es gab die letzte Frage noch Jeremy Corbyn ist eine Figur über die es sich wirklich unglaublich lohnt nachzudenken ja und ich bin so erschüttert ja dass die europäische Sozialdemokratie nicht einmal fähig ist wahrzunehmen dass es einen einzigen Sozialdemokraten in Europa gibt der einen Wahlsieg erungen hat der den höchsten Stimmenanteil erreicht hat und der mit äußerster Klarheit und ohne irgendeinen Zweifel daran zu lassen sagte diese wirtschaftswissenschaftliche und ideologische Weltanschauung des Neoliberalismus ist im Ganzen irreparabel falsch und eine Katastrophe für die Menschen stattdessen passen sich nach wie vor die Herren Sozialdemokraten so oder so an an diesen Zeitgeist mit dem ist kein Geschäft zu machen er ist einfach falsch er hat ein Menschenbild das so was von vertrottelt ist ja diese Grundvorstellung der Menschen ist im Wesentlichen nur eigennützig nur rational nur ein Individuum das ist ja alles sowas von schwachsinnig dass man sich in 30 Jahren fragen wird wie konnten intelligente Menschen Nobelpreisträger 40 Jahre einer Vorstellung anhängen deren theoretische Fundierung geradezu lächerlich ist wo die Verhaltensökonomie in jedem Punkt zeigt dass das absolut empirisch unhaltbar ist wir sind nicht nur Egoisten wir sind Altruisten wir haben Gefühle und daher brauche ich und das hat der Keyneser schön beschrieben dass bevor man dann nach einer reinen Theorie sucht sagen wir so bescheiden als Ökonom dass wir wie ein Zahnarzt sind wenn ich zum Zahnarzt gehen möchte ich keinen Wissenschaftler haben der meinem Gebiss wissenschaftlich begegnet und an mir vielleicht ein ideales Gebiss verordnen will sondern ich möchte dass man einen Plomben wieder rausgibt und sozusagen sequentiell da und dort ein bisschen was repariert das ist die Aufgabe von Ökonomen ja ich bitte ja ich würde gerne anschließen einfach ich denke diese Diagnose die du vorgenommen hast ist ja quasi ein Problem der mangelnden linken Theorie gewesen ja vorrangig so ist das jedenfalls rübergekommen jetzt das halte ich irgendwie für sehr schwierig Stefan weil wenn du jetzt als Keynesianer ja wenn du das entschieden hättest hätte es eine Theorie geben oder ich meine es war doch nicht ein Problem der mangelnden Theorie es war ein Problem sozusagen dessen was als Theorie überhaupt Akzeptanz gefunden hat und dass es darum gegangen ist doch den Keynesianer die Keynesianische Sicht völlig zu diskreditieren und wenn man von Globalisierung weil sie das angesprochen haben wenn man sie anschaut die EU ich meine die 90% der Güter und Dienstleistungsproduktion ist sozusagen innerhalb der EU wird sozusagen da verbraucht ja und nur 10% gehen in den Export die Exportquote ist 10% Importquote genauso also ungefähr 10% ja ja aber ich will ich will nur sagen ich meine wir sind in dem Sinn kann man schon sagen europäisiert ja aber globalisiert ich meine 10% sozusagen unserer formalen Produktion gehen ins Ausland und der Rest ist sozusagen Binnenmarkt verstehen sie also ich finde das wird auch überbewertet Globalisierung ist ein Mythos der uns wunderbar dient um sozusagen Druck zu machen und daher meine ich ja es geht nicht um eine falsche Theorie oder um eine Theorielücke oder sowas ja aber darf ich nur ganz kurz sagen damit was ich nur meinte ist dass wenn in den 30 Jahren wo die die linken Außenseiter waren sie empirisch hart gearbeitet hätten zum Beispiel über die Rolle der Finanzmärkte über das Phänomen Bullen-Bärenmärkte etc. dann hätten sie die Finanzkrise verwenden können wie 10 aufgelegte Elfmeter ja ja und wir haben das vorher schon gesagt dass das sein muss ja stattdessen haben die Neoliberalen die Finanzkrise aus 10 Elfmeter eingeschossen ja aber das war aber ein Problem dabei ist ja es ist eine Katze die sich in den Schwanz beißt weil warum gibt es die linken Ökonomen nicht weil es ist in den Institutionen weil es keinen Raum dafür gibt weil es einfach so ist wie du ja sagst es gibt an den Unis einfach es gibt keine Keynesianer mehr an den Unis seit längster Zeit es gibt nur bei ganz ganz wenige Institutionen wo man anders denken darf als Ökonom oder Ökonomin und als feministische Ökonomin wird man sowieso nicht als Ökonomin in dem Sinn ernst genommen ich meine das es ist sozusagen nein es ist ein ich denke es ist eine Problematik die sich nicht auf die Wissensebene quasi und wahr oder falsch beschränkt sondern es oder nicht einmal primär dort angesiedelt ist sondern dass Märkte was mit ich denke das sollte man einfach einmal klar sagen was den ganzen Abend nicht gesagt wurde etwas mit Profitmaximierung zu tun haben und mit Kapitalinteressen ja und dass das dazu benützt wird um die Rechte der Menschen die Partizipationsmöglichkeiten aber auch tatsächlich den materiellen Wohlstand von vielen zu drücken ich meine wenn man sich anschaut wie die Ungleichheit zunimmt wie die Einkommen ich meine auch wenn man nur die unselbstständigen Einkommen hernimmt in den letzten 15 Jahren sich die obersten 20% haben so viel wie die untersten 80% in Österreich ich spreche nur von Österreich zusammen ja ungefähr und die untersten haben immer weniger und weniger und es ist sozusagen und die obersten 20% immer mehr ich meine das sieht man in 5-Jahres-Abständen wieder ein Prozentpunkt mehr und so weiter für die obersten 20% und im Verhältnis zu den Profiten wird das auch immer ungleicher also ich meine es geht ja um was anderes und ich möchte nur zu dieser Frage nach Korbin sagen ja natürlich stimmt das ich meine die soziale Demokratie ist leider in einem furchtbaren Zustand sonst wären ja die politischen Verhältnisse hierzulande ja auch nicht so aber der Punkt ist es wird wahrscheinlich nicht sozusagen ein Wachsen von Korbins jetzt geben sondern es wird ein Wachsen von rechtsextremen Parteien geben also deren die Unterstützung für die wird stärker werden wir haben einen extremen rechtsextremist also starke rechtsextremistische Parteien Strömungen die zum Teil in der Regierung sind Polen Kroatien Ungarn Österreich Frankreich ich meine das das ist sozusagen der Punkt ja also wohin hat der Neoliberalismus geführt er hat den Boden bereitet für Rechtsextremismus es gibt ich ja ich will das jetzt nicht im Detail ausführen aber es gibt einfach sozusagen die große Gefahr dass die Stunde der Wahrheit quasi also wenn es tatsächlich noch einmal einen Crash gibt und es noch einmal so eine Reaktion gibt dass dann von rechtsextremer Seite tatsächlich die Verhältnisse völlig verändert werden ja ich wollte ganz kurz auf die Frage mit den neu geschaffenen Arbeitsbereichen eingehen und ich sehe das sehr ähnlich wie Sie ist es glaube ich sehr wichtig dass sich Österreich anschaut wo Potenziale bestehen gerade mit der Digitalisierung die kommt gibt es glaube ich unglaublich viele Möglichkeiten wo es neue Branchen geben könnte in Österreich wo es die Möglichkeiten geben geben würde für Wirtschaft für Unternehmensmodelle für Arbeitsplätze und da ist ist man natürlich im globalen Wettbewerb auch wenn das manche anders sehen ich glaube auch dass die Globalisierung sehr sinnvoll sehr positiv ist für Österreich wenn man mal bedenkt was zum Beispiel die Produkte kosten würden für einen Konsumenten in Österreich wenn die Produkte nicht in einer globalen Wertschöpfungskette entstehen würden könnten sich viele Leute viele Sachen nicht leisten wenn man das zum Beispiel die Zeit betrachtet vor 1980ern musste ein Industriearbeiter glaube ich zweieinhalb Stunden für den Fernseher arbeiten um sich den Fernseher leisten zu werden und inzwischen sind das glaube ich 20 Minuten oder sowas das heißt also man hat da einen Konsumenteneffekt dann gibt es natürlich nicht nur die Import die aus dem Ausland kommen oder Produktion die ins Ausland abgewandert ist sondern auch neue Geschäftsmodelle die entstanden sind dadurch dass man Input günstiger bekommen hat sind sehr viele neue Sachen entstanden ich glaube also insgesamt ist die Globalisierung und der Ausland für Österreich durchaus sehr positiv gewesen und hat sehr viele Jobs geschaffen sehr viel Wohlstand geschaffen und da bietet wie gesagt die Digitalisierung natürlich sehr viele Möglichkeiten und das ist sehr wichtig neue Felder zu finden ich glaube ich kann auch alle beruhigen die Angst haben dass der Neoliberalismus in Österreich übernehmen wird ich glaube von dieser Situation sind wir in Österreich sehr weit entfernt wir haben wir haben eine Staatsquote von über 50 Prozent das heißt jeder jeder zweite Euro der Wirtschaftssystem in Österreich läuft läuft über den Staat wir haben eine Sozialkote von 30 Prozent der Wirtschaftsleistung das heißt für soziale für soziale Sachen werden mehr als 100 Milliarden im Jahr über den Staat ausgegeben ich glaube ich glaube wenn davon träumt der Corbin vielleicht in England also von solchen Zahlen das ist einfach eine andere Situation in England und Österreich und ich glaube jeder der Befürchtung hat dass es in Österreich einen Neoliberalismus gibt und auch zu den Ungleichheitszahlen muss man ein bisschen vorsichtig sein da spielen natürlich viele Faktoren rein Was ist diese Regierung wenn nicht neoliberal? Wie würden Sie die beschreiben? also wirtschaftspolitisch sind viele viele Punkte sicherlich nicht wirtschaftsliberal das ist nicht neoliberal nein also viele viele wirtschaftspunkte nicht nein aber ich aber ich meine die Regierung ist jetzt auch sehr lange ich weiß nicht ich bin jetzt irritiert weil ich weiß wirklich nicht was Sie unter Neoliberalismus verstehen ja das wäre vielleicht generell mal interessant zu klären was Leute unter dem Neoliberalismus verstehen aber das wird glaube ich jetzt den Rahmen sprengen das wäre aber grundlegend mich wundert das nämlich extrem ehrlich gesagt Welche Maßnahmen halten Sie denn für neoliberal die Regierung die jetzt seit kurzem Abend das geschlossen hat? alles im Prinzip alles was im Programm angekündigt ist ist neoliberal es geht um Senkung von Sozialausgaben es geht um weitere Deregulierung des Arbeitsmarktes es ist der einzige Ausgabenbereich wo die Ausgaben erhöht werden sollen ist für die Militarisierung also für die Bewaffnung einer Gruppe von Menschen die sozusagen dann gegen potenzielle Abweiche Demonstrierende etc. vorgehen oder gegen Flüchtlinge vorgehen kann ich meine darum geht es und das ist neoliberal das ist nicht prinzipiell neoliberal aber das ist sozusagen das was eben zur Absicherung des neoliberalen gemacht wird wenn Sie das so ich meine Familienbonus zum Beispiel ist jetzt eine Maßnahme die ich jetzt nicht das ist auch neoliberal weil es nur wirklich nur den Reichen hilft weil ein Familienbonus der über als Steuerbonus konzipiert ist der Masse der Lohnarbeitenden die keine die in hohem Maße keine Lohn- und Einkommen und Steuerzahlen überhaupt nichts bringt abgesehen davon abgesehen davon wie bitte? ein Monatsnetter von 1500 ist dann die Reichengrenze ja es sind 60% wenn Sie sich die Lohneinkommen anschauen es sind 60% der Lohneinkommen unter 1500 sogar noch niedriger ich will die spannende Diskussion jetzt nicht unterbrechen aber wir haben auch noch weitere Publikumsfragen gut wir gehen zurück ans Podium wer mag beginnen? nur Lorenz vielleicht? ja vielleicht gehe ich dann gleich auf Ihre Fragen ein die sich konkret an mich gerichtet haben Spanien Spanien zeigt dass das System nicht funktioniert selbst wenn es augenscheinlich funktioniert ja es ist halt ein sehr komplexes System und es wurde teilweise davor auch gewarnt vor Fehlentwicklungen das Ganze im Überblick zu halten ist schwierig und es hat sich aufgebauscht und ich glaube es ist einfach unmöglich die Komplexität zu fassen und im Überblick zu halten und zu steuern also erstmal haben wir keine freien Marktkräfte in Spanien gehabt und nirgendwo und ich glaube auch nicht dass man dass man freie Marktkräfte überall braucht sondern ich glaube durchaus dass die Politik eine entscheidende Rolle spielen sollte die Spielregeln zu definieren und einzuwirken und zu gestalten also die Rolle gestehe ich dem Staat durchaus zu und das halte ich für sinnvoll und existiert aber glaube ich auch in Spanien also es ist nicht so dass der Spanien rein liberales System ohne Staat hatte Banken so mächtig Banken ist ein Riesenproblem wenn die wenn sie so groß sind dass sie eben einen Kollaps auslösen der die ganze Wirtschaft beeinträchtigt insbesondere sehe ich ein Problem in der in dem Zusammenhang zwischen Banken und Staatsverschuldung dass eben die Banken sehr stark die eigenen Staatsverschuldung aufkaufen und dafür kein Eigenkapital hinterlegen müssen das heißt es gibt im Prinzip einen Anreiz für die Politik die Banken zu fördern damit die Banken die Staatsschulden aufkaufen von den Banken gibt es ein gibt es Interesse dass die Staaten Schulden ausgeben damit sie sie aufkaufen und damit Geld schütten also erstens mal viele Banken haben die Papiere vor dem Rettungsprogramm gehabt und wie ich schon am Anfang gesagt habe ich glaube dass die Allgemeinheit dann in die Haftung eingetreten ist ist zumindest bevor es die privaten Investoren waren ein Fehler gewesen ich glaube es wäre sinnvoller gewesen die Investoren die wie gesagt an dem Aufschwung Profite gehabt haben auch dann zur Kasse zu bitten wenn es halt nicht so gut läuft das ist auch das Prinzip der Marktwirtschaft dass man ein Risiko eingeht vom Risiko kann man profitieren aber wenn es schief läuft dann muss man dafür auch gerade stehen wenn man diesen Hebel aussetzt dann hat man ein riesen Problem was die Anreize betrifft weil dann kann ich halt in alles spekulativ reingehen und sagen wenn es gut läuft nehme ich die Profite mit und wenn es schlecht läuft dann zahlt es eh die Allgemein also das war ein Problem was man schlecht gelöst hat glaube ich das Quantitative Easing was jetzt kommt ist allerdings machen die Nationalbanken also die kaufen die Staatspapiere auf das heißt das sind nicht die Geschäftsbanken die das machen sondern das ist im Prinzip eine staatliche öffentliche Institution die diese Käufe tätig um eben zusätzliches Kapital in den in den Markt oder Geld in den Markt zu bringen das heißt dieser Prozess ist nicht über die Geschäftsbanken ich habe noch Köstsenkung offen ich persönlich hätte das nicht als Maßnahme jetzt der Regierung vorgeschlagen es steht hier natürlich frei das nach ihren ihren Vorstellungen zu gestalten das ist der politische Prozess ist es so dass ein sehr großer Teil der Steueraufkommens kommt über die Arbeit das heißt also wir haben über die Einkommensteuer Lohnsteuer haben wir einen sehr großen Teil haben wir einen großen Teil über die Mehrwertsteuer also über den Konsum kommt und über die Sozialversicherung wo wir die Arbeit besteuern ja Unternehmensbesteuerung es ist ich gehe mal davon aus dass die Abwägung bei der Regierung so abläuft dass sie gesagt haben okay wenn wir Unternehmen weniger besteuern hoffen wir dass sie mehr Arbeitsplätze schaffen damit schaffen wir Einkommen bei der Bevölkerung und damit generieren wir dann die Steuereinnahmen die ausfallen ob das funktioniert muss ich die Regierung überlegen wie gesagt ich meine meine Idee wäre es nicht gewesen der 12 Stunden Arbeitstag ist im Prinzip die Idee dass man in Auftragsengpässen eben mehr arbeitet und in anderer Zeit weniger wenn ich es richtig im Kopf habe ist die Normalarbeitszeit geblieben wie sie ist das heißt also und die Wochenarbeitszeit darf auch über den langen Durchschnitt nicht verändert werden das heißt im Prinzip ist es eine Anhebung der Flexibilität weil im Prinzip also wir zum Beispiel im Forschungsinstitut wären jetzt gezwungen gewesen wenn wir an irgendwas forschen nach 10 Stunden zu gehen es betrifft ja noch nicht immer die Leute die jetzt wirklich hart irgendwo physisch arbeiten sondern es sind durchaus Dienstleistungsbranchen wo auch viel geistig gearbeitet wird und ich glaube es ist zumutbar für manche Leute dass sie es machen es ist halt es sollte nicht die Idee sein dass dadurch die Arbeitnehmer ausgenommen werden ist es aber soweit ich es sehen kann in der jetzigen Form warum auch nicht dann haben wir noch ganz kurz Klimawandel glaube ich lässt sich nur lösen mit technologischem Fortschritt und da glaube ich hilft die Globalisierung und der internationale Wettbewerb ja durch den Transport entstehen natürlich CO2 Ausstöße oder andere Treibhausgase aber ich glaube das lässt sich nur durch technologischen Fortschritt lösen wenn wir keine Einbußen in unserem Wohlstand hinnehmen wollen und Marx lesen bin ich völlig konform ich würde jedem empfehlen Marx zu lesen ja also zur ersten Frage ob sich am Finanzkapitalismus Wesentliches geändert hat auf Deutsch ob aus der Krise gelernt wurde ich glaube im Wesentlichen nicht und die Geschichte der Finanztransaktionssteuer ist ein wirklich schönes Beispiel wie zunächst ein Lernprozess scheinbar einsetzt so weit dass sogar die Europäische Kommission für die Finanztransaktionssteuer war und dann in einer wirklich perfekt organisierten Weise die Finanzlobby im wann war das schnell 2013 genau 2013 haben die wirklich in einer konzertierten Aktion hervorragend so viel Unwahrheiten verbreitet dass die Medien beeindruckt waren leider kann ich Ihnen das jetzt nicht ausführen aber es ist ein Schulbeispiel gewesen wie über das Verhältnis von Erkenntnis und Interesse bei Ökonomen das waren hervorragende Ökonomen von Goldman Sachs die da wissenschaftliche Studien machten die wirklich strotzten von Unwahrheiten das hat aber gar nichts gemacht weil innerhalb von drei Wochen das war wirklich konzertiert Deutsche Bank Goldman Sachs die alle Forschungsabteilungen haben so wissenschaftliche Studien ausgebracht dass eben die Finanztransaktionssteuer eine Katastrophe ist und das hat Wirkung gezeigt das heißt die Wirtschaftsjournalisten die vieles nicht nachvollziehen konnten weil es so technisch ist ja also Repost es wird zu weit führen die sogenannten Repurchasing Agreements haben eine riesen Rolle gespielt weil tatsächlich schien man das vergessen zu haben aber wissen Sie was diese Repos sind wenn eine Bank um vier am Nachmittag drauf kommt sie braucht aufgrund der Regulationsvorschriften bis morgen früh ganz schnell 300 Millionen Euro dann macht sie ein sogenanntes Repurchasing Agreement das heißt sie verkauft aus seinem Bestand Aktien oder meistens Anleihen im Wert von 300 Millionen Euro und eine andere Bank kriegt von denen die 300 Millionen Cash mit der Verpflichtung morgen in der Früh das Gegengeschäft zu machen ja jeder der mit dem ein bisschen was zu tun hat weiß dass das nur die Folge absurder Finanzspekulation ist weil wieso soll denn eine Bank plötzlich überraschend am vier am Nachmittag drauf kommen wir brauchen 300 Millionen weil der Privatgeschäft in die Hosen gegangen ist natürlich und aufgrund dessen eben kurzfristig Liquidität herbeigeschafft werden musste aber mit diesen Dingen hat man so gut blöffen können dass tatsächlich die Finanztransaktionssteuer beerdigt wurde das nur als Beispiel die Staatsschulden ich bin ein erbitterter Gegner steigender Staatsschulden unterscheide mich da völlig von Berühmtheiten wie Paul Grudmann und anderen weil natürlich die Akkumulation von Staatsschulden langfristig zu einer Umverteilung von den Armen zu den Reichen führt weil wer besitzt denn die Staatsschulden und kassiert die Zinsen weil das System anfällig wird auf Zinsänderungen weil immer wenn ich eine große Bestandsgröße habe also Schulden Forderungen und ich habe dann einen Preis der sozusagen die Stromgröße daraus determiniert auf Deutsch wenn der Zinssatz auch nur relativ wenig steigt kann bei hoher Staatsschuldenquote das zu erheblichen Verstörungen kommen das Problem ist nur wie man mit der Staatsschuld runterkommt wissen Sie und es gibt nur drei Methoden in der Geschichte Hyperinflation Staatsbankrott oder die Periode 50er, 60er Jahre 50er, 60er Jahre wurden sehr hohe Staatsschulden der Alliierten tatsächlich gedilgt ja aber das geht eben nur wenn die Finanzmärkte auf allen Ebenen reguliert sind in den 50er, 60er Jahren haben sie auf den Finanzmärkten überhaupt keinen Profit machen können und das ist das Geheimnis des Realkapitalismus warum hat China das größte Wirtschaftswunder aller Zeiten hervorgebracht Verzwanzigfachung das BIP innerhalb von ungefähr 35 Jahren weil sie die Finanzmärkte vollkommen anders behandeln der gesamte Finanzsektor ist in China noch immer verstaatet es gibt keine privaten Banken es gibt keine freie Wechselkursbildung es werden die Zinssätze reguliert und die Exzesse finden allerdings eh schon auf der Börse von Shanghai statt werden wir sehen vielleicht geht es ja ohnehin vielleicht gelingt es ja den Finanzkapitalismus nach China zu exportieren das ist die einzige Chance um denen noch die Hegemonialposition in der Realwirtschaft wieder wegzunehmen im Klartext sozusagen die Staatsverschuldung kriegt man nur los mit umgekehrtem Sparparadox das Sparparadox das hat ja die Gabriele völlig zu Recht gesagt wenn sie für die letzten acht Jahre schauen welche Länder haben in Europa am meisten gespart dann sind genau diese Länder einschließlich Großbritanniens die die den höchsten Anstieg der Staatsverschuldung als Folge in Kauf nehmen mussten und es gibt ein Land auf das zu wenig hingewiesen wird dass nämlich Deutschland seit Jahren dem Rest Europa Wasser predigt und selbst ein kensianisches Achterl nach dem anderen sich genehmigt die haben höhere Lohnsteigerungsraten die haben die Mindestsicherungs gemacht die haben die Energiewende gemacht die haben das Kindergeld erhöht die haben die Abwrackprämie gemacht die haben das Kurzarbeitgeld gemacht die haben eine sehr vernünftige für deutsche Verhältnisse ziemlich kensianische Politik gemacht ein Ergebnis die Wirtschaft rennt gut die Staatsverschuldung geht zurück sie können die Staatsverschuldung nur zurückführen wenn das Werkel rennt wenn das Werkel schrumpft vergessen sie es das hört sofort auf zum sparen es ist sinnlos da haben die Staatsverschuldung Überschüsse ja natürlich ich sage ja ich habe ja nichts gegen Überschüsse des Staates wenn es gelingt die Wirtschaft auf einen stabilen Wachstumspart zu bringen dann entstehen Überschüsse ja wunderbar ich eh nicht aber jetzt muss ich mich kurz halten weil der Klimawandel steht auch noch vor der Tür das eine ist mein Wahnsinn auch schon klar die die bisherige Vorstellung dass man durch Wirtschaftswachstum langfristig die Hauptprobleme der Gesellschaft in den Griff kriegt von der müssen wir uns so sicher wie nur etwas verabschieden das ist nicht nur das Klimawägen so das ist einfach aus dem Grund den ja der Keynes in diesem wunderbaren Aufsatz 1930 schon beschrieben hat im Zuge des Wirtschaftswachstums entstehen sozusagen Bestandsgrößen das heißt die Leute haben ein Auto haben ein Fernseher haben eine Wohnung nicht die Leute es gibt auch mehr das weiß ich auch und das Potenzial für weiteres Wachstum wird nur mehr generiert aus sozusagen Gadgets aus Apple iPhones und so weiter und das hat schon der Keynes genau beschrieben das kann ein gewisses Wachstum alimentieren aber natürlich nie ein Wachstum wie wir es in den 50er und 60er Jahren hatten wo wir die Bestandsgrößen wieder aufbauen mussten eben zerbombte Häuser wieder herrichten und so weiter gut und dass der Klimawandel da natürlich eine Rolle spielt ist klar und jetzt kratzt sich noch die Kurve zum Karl Marx weil solche Gedanken nämlich über das Verhältnis des Menschen zur Natur und das Verhältnis des Menschen der Menschen untereinander das sind so fundamental wichtige Fragen und das ist ein wirklicher Jammer dass die Mainstream Ökonomie das eben wirklich ausblendet also die Frage wie sehr führt eine Wirtschaftstheorie die sagt nur die Konkurrenz von Individuen auf Märkten wird im Prinzip alles zum Besten lenken wie weit führt das zu Vereinzelung zu Depression zu Mangel an sozialen Kontakten auch wenn die Zwischenstufen oft nicht so klar erkennbar sind glaube ich sehr wohl dass es da Zusammenhänge gibt und mit solchen Fragen hat sich Herr Karl Marx in der Tat sehr intensiv beschäftigt übrigens auch mit der Tatsache dass die Liebe zum Geld oder er hat es nicht Liebe genannt aber sozusagen der Versuch der Kapitalisten von einem Industriekapitalisten zu einem Geldkapitalisten zu werden führt bei Marx zu einer Steigerung sozusagen der Perversität des Systems und da hat er viele Dinge richtig erkannt der spricht zum Beispiel von fiktivem Kapital das ist ein so genialer Begriff damit meint er ein Kapital das sich immer mehr vermehrt das aber leider fiktiv ist egal ob es durch Aktienkurssteigerung gesteigertes Finanzkapital ist oder akkumulierte Staatsanleihen das sind schon sehr originelle Überlegungen die ich jedem nur ans Herz legen kann aber die hat er selber nicht fertig gemacht das ist eben der dritte Band des Kapitals der von mir der heiß Geliebte ist die ersten zwei habe ich eher gespritzt nicht ganz aber zum größeren Teil Ja, es wurde hier schon viel jetzt gesagt ich denke, also ich wollte gerne nur noch ganz kurz zu Ihnen sagen das mag schon sein, dass wir jetzt für den Fernseher nicht mehr so lange arbeiten müssen wie vor 20 Jahren aber dafür für die Miete wieder also noch viel länger nein, es geht sozusagen Anteilsmäßig stimmt das aber auch nicht wie bitte? Anteilsmäßig vom Einkommen ist die Miete jetzt nicht viel höher als die vor 30, 40 Jahren also höher als vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, okay aber auch der Wohnraum ist natürlich gestiegen also auch der Anstieg ist gestiegen also die Quadratmeterzahl ist gestiegen und die Ausstattung ist gestiegen also muss man auch ein bisschen vor sich sein Das stimmt überhaupt nicht weil wir haben, Sie müssen sich vorstellen wir haben eine extreme Spaltung wir haben zum Beispiel einen neuen Trend unter Anführungszeichen Mikrowohnungen ich meine, die Wiener Bauordnung schreibt noch 30 Quadratmeter vor aber ich sehe das auch bei mir im Haus wo ein Teil der Wohnungen für Eigentum als Eigentumswohnung offen war also Mikrowohnung ist angebracht also ich habe mir das angeschaut ich meine, neben mir sind Leute eine vierköpfige Familie 63 Quadratmeter das ist noch nicht das Schlimmste aber die meisten Wohnungen sind das, was halt Zimmerküchewohnungen um die Jahrhundertwende waren aber es gibt natürlich auch die wo eine Einzelperson in 200 Quadratmeter wohnen ja, aber das ist ja genau der Punkt die meisten können sich gerade mal eine Mikrowohnung leisten, verstehen Sie? ich denke auch, wir können Klimawandel und sonstige ökologische Probleme die gesamte Ressourcenfrage nicht durch technologischen Fortschritt lösen das ist ja glaube ich völlig klar wir können nicht auf diesem Niveau das konsumieren, was wir derzeit konsumieren das geht so nicht für alle und das ist vielleicht auch gar nicht erstrebenswert also ich möchte einfach noch zum Abschluss die Frage stellen was ist Wohlstand und ist diese Form des wahren Wohlstands ein wahrer Wohlstand also ich denke um jetzt auch noch einmal auf Marx zu sprechen zu kommen Marx hat darauf hingewiesen im Kapitalismus wird einfach auch die Arbeitskraft und das sind wir zur Ware ja also dass wir sozusagen zur Ware werden und gleichzeitig die Dinge aber sozusagen einen unglaublichen Fetischcharakter bekommen eine unglaubliche Bedeutung bekommen ich denke das ist sozusagen eine der großen Problematiken in dieser Form der gesellschaftlichen Ausrichtung und Organisation ich denke nicht, dass diese Wachstumsideologie so haltbar ist und ich glaube auch nicht, dass sie wünschenswert ist denn Wohlstand in dem Sinn ist etwas anderes als eine Anhäufung von Waren die morgen in dem Sinn schon auf der Müllhalde landen es geht um soziale Beziehungen es geht um die Art und Weise wie wir arbeiten wie wir in dem Sinn leben können und so weiter aber und das ist wirklich mein Schlusswort ich möchte auf drei ganz grundlegende quasi Verbindungen, Kontinuitäten zwischen Neoliberalismus und Rechtsextremismus hinweisen und das schließt unmittelbar letztlich an das an was ich zu Marx gesagt habe ich beziehe mich auf Adorno und Adorno sagt in diesem berühmten Aufsatz der ursprünglich eine Rede war zur Erziehung nach Auschwitz Vorbedingungen von Nationalsozialismus das Geschäftsinteresse das Geschäftsinteresse das letzten Endes dazu geführt hat dass um ja nicht das Geschäft in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen man den Mund gehalten hat man wollte sich nicht den Mund verbrennen und hat letzten Endes auch zum Terror gestiegen das ist nur eine Fortführung dessen also es geht um Geschäftsinteresse es geht um die Konkurrenz es geht um die Konkurrenz der gesellschaftlichen Monaden die völlig unempfindlich sind für das Leid des anderen angetan wird letzten Endes wird aber auch und das ist der dritte Punkt sozusagen diese Härte die damit verbunden ist die eingefordert wird die vielfach jetzt zum Beispiel gegenüber Arbeitslosen eingefordert wird diese Härte dieses sozusagen ertragen können das sich übertreffen das sich gegenseitig übertreffen im noch gerade noch ertragen können dass das sozusagen letztlich in völligen Sadismus in völligen Sadismus mündet weil eben Unempfindlichkeit gegenüber Leid und das möchte ich zum Abschluss zu bedenken geben weil ich denke wir müssen diese Kontinuität zwischen Neoliberalismus und Rechtsextremismus sehen und diese ganz massive Gefahr und das halte ich angesichts der Verhältnisse in Österreich derzeit für das absolut Vordringende und es ist natürlich letztlich ein Produkt mit einem Produkt aber ganz wesentlich der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 aus Ich danke den Podiumsteilnehmerinnen für ihre Beiträge ich danke dem Publikum ich wünsche ihnen einen schönen Abend und bleiben sie noch ein bisschen da vielleicht wer Zeit hat diskutiert weiter mit uns Vielen Dank Applaus WDR mediagroups WDR 2020 WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020